Eins nach dem andern. Kein Problem. Hm, vielleicht doch nicht. Oh, hoffen wir es mal. Ja, das wäre nettlich. Klar, kein Problem. Oh, interessant. Ja, das war's. 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 Hmm, uuuhh, nicht schlecht, gute Story! Untertitelung. BR 2018 Interessant. Was, ein Ganzkörper-Scan, ach du Scheiße! Ach du Scheiße, sogar ein Ganzkörper-Scan. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, geil! Und wo geht's hin? Da! Da bist du öppert, wenn du schon viele sind, oder was auch nicht so viele? Okay, da haben wir mal einen. Okay, gut zu wissen, dass die halt nur... Ja, gar machen. Gut zu wissen, gut zu wissen. Sonst ist da anscheinend eh niemand. Da haben wir noch jemanden. Vielleicht doch bei der Strasse oder so entlang. Ah, ich hab's eh schon kurz Kontaktlinsen. Das war so klar, wie denn sonst auch. Ah, das schlägt, das schlägt, das war so klar, Kontaktlinsen sind da sicher, wenn sie nicht verkabelt oder sonst sind, da sind Kontaktlinsen auf alle Fälle. Und sonst aktivieren, schauen und zack, 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 alles haben's. Ah, lele. Tiere? Was? Was? Klar. Macht er? Ja, haut mich um. Mehrere Tage zu später. Was? Oh mein Gott, alle Schüler, oder was? Wenne. Das Gelag, どle. Von�,iev? Was? Ichảke dir, непräckte. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielleicht? 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 Oder wie? Vielleicht? 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 arbeit einfach zu schwer oder so die prüfung dann gut möglich sein na dann los geht's hacken nice 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 und der schlupf genau okay geil geil oh nice 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 na gut dann hauen wir sich da hin zum schlupf von denen und machen wir die ganzen kids fertig zack zack ich hätte gar nicht mehr so schlecht das hier aha da kann ich dann wieder zurück alles klar wie schaut es aus stupe 30 noch nicht interessiert mich doch nicht oh da haben wir auch gleich die gegner besser gesagt die ersten schüler tarnkappe alles klar unsichtbar ich glaube wir sind dann ein bisschen zu spät dann oder aber gut 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 es ist zwar bald vorbei aber wir schaffen das schon die hängen da alle die ganze zeit aber wahnsinn oder Vielen Dank. Oh, wir haben es für die Schule. Ich will nicht, dass ich in der Schule gar nicht bissteppe. Ich würde das natürlich nie benutzen. Nein, nein, nein. Das ist ganz gut möglich, Sand. Das ist ganz gut. Bei der nächsten Klassenarbeit. Oh mein Gott. Oh, was? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Auf alle Fälle auffalten müssen wir auf alle Fälle airst sinnvoll. Wir lassen es so stehen oder wie oder was? also kommt auf wann wenn der jetzt in der schule mit einer kalaschnik aufgrund jetzt rastet er aus jetzt rastet er aus was alte chat oh mein gott Ach du Scheiße. Aufgeschlitzten Lehrer oder wie? Oh, nice. Oh mein Gott, wie geil. Dass alle runterspringen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Bro, wir sollten uns lieber beeilen. Ach du Scheiße. Oh, wir haben es nicht verhindert. Oh mein Gott. Oh man, oh man, oh man. Wie geil. Ha. Wir sind schon wieder. Ach du Scheiße. Ach du. Ich bin auch noch. Ich bin auch noch zu viel. Aber noch nicht. Oh, jetzt kommt er mit dein Ding hier, Mann. Na dann, komm her, Alter. Komm her. Pick' mich, Alter. Mal, wenn's so fertig heute mit dem Tux, Leute. Oh, jetzt kommt er mit dein Digimon. Oh, ich hab' den Tux, Leute. nicht unbedingt fertig aber ja wir machen ihn fertig wir machen ihn fertig wir machen ihn fertig alle Fälle die ich liebe ihm das ist geil mit Kombination und so nice einer weniger von den Chips BASST der war einstmütig sein der ist der Angriff dann doch nicht nur so stark oder doch aber er könnte ja nicht zu uns also es ist ja nicht kleiner da ist es ja dann egal Uh, Angriffs-Boost für jeden von uns, nice oh, wieso haben manche die geben uns bessere Attacken als wir der Wahnsinn aus welcher Angriff ach fast aber wir haben ja noch zwei schwerer Schlager und tschüss Baba Moin Moin Uuuuh der eine noch der muss mehr gehen was der zücht der eine geschummelt der Wichser ach du scheisse der schummelt sich einfach da rein ei 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 so aber jetzt kriege ich ihn jetzt haben wir ihn jetzt kommt er niemand dazwischen ne jetzt ist er gefickt jetzt muss er gefickt sein weg fürs Leben würde ich mal sagen oder und tschüss ah fuck ich hab gehofft aber die zwei die müssen das jetzt hinkriegen ja fuck und tschüss Baba vielleicht gib mir einer noch auf level 30 fast fast scheisse treff maya ja na ja 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 Naja, es war schon falsch, aber ich habe es so verdient. Oh, nur eine kurze Videosequenz für Ihren Gehirnen. Ich habe es so verdient. 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 Ah, nice. Oh, nice. Aber wir haben sie gerettet. Das ist wichtiger. Ich habe es so verdient. 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 Was ist das denn, was ist das denn? Oh! Was ist das, Kasach? Ja. Wir werden uns in den Dämonen verabschieden. Es gibt nur noch viele andere Hände. Ah! Das ist gut. Jimmy kann auch sein. Was ist das denn? So! Wir werden heute noch nicht sehen. Okay, was haben wir denn überhaupt? Was ist das? Oh, jetzt kommt die ganze Gang, das ist super. Oh mein Gott, du kannst. Oh mein Gott, wie geil, das ist ja nicht, weil Harry am Sack, der war geil, der war geil. Na dann Leute, ich würde sagen, haut rein, bis zur nächsten Folge und tschüss.